Völlig zerstört steht der Unfallbus mittlerweile auf dem Hof eines Abschleppunternehmens in der Nähe des Ortes Wiedemar bei Leipzig. Gestern am späten Abend wurde er noch abtransportiert von der A9. Auch heute ist noch unklar, wie es zu dem tragischen Unfall auf gerader Strecke kommen konnte, bei dem vier Menschen starben. Die Opfer, die wir bisher zweifelsveridentifiziert haben, die 47-Jährige und die 20-Jährige kommen aus Berlin. Und die 19-Jährige hat ihren Wohnsitz in Freistaat Bayern. Eine weitere an der Unfallstelle verstorbene Frau konnte bislang noch nicht zweifelsfrei identifiziert werden. Aber wieso kam es überhaupt zu dem Unfall, bei dem wohl kein weiteres Fahrzeug involviert war? Seit heute ermittelt die Staatsanwaltschaft im Fokus der Ermittler vor allem der Fahrer des Flixbusses. Wir ermitteln wegen des Verkehrsunfalls in Verbindung mit einer fahrlässigen Tötung gegen den 62-jährigen Busfahrer. Der Unfallbus, der morgens in Berlin startete. Gehört dem Unternehmen Umbrella. Mit Sitz unter anderem in Prag, Hamburg und Berlin. Denn die Firma Flixbus hat gar keine eigenen Reisebusse, sondern lässt fahren. In Deutschland übernehmen etwa 40 Buspartner den operativen Betrieb. Einer von ihnen Umbrella. Hier auf einem Betriebshof in Mariendorf stehen ihre Busse. Wir telefonieren mit dem Unternehmen, wollen mehr wissen über die gestrige Fahrt, werden aber nur an Flixbus verwiesen, den Auftraggeber. Dort bekommen wir Folgenauskunft. Bei dem gestern verunfallten Bus handelt es sich um einen Bus unseres Buspartners Umbrella. Flix blickt auf eine langjährige und enge Zusammenarbeit mit Umbrella, Coach und Buses zurück. Das Unternehmen versichert zudem, auch wenn sie nicht selber fahren, es gebe für jeden Bus, der unter der Marke Flixbus fährt, ein einheitliches Sicherheitskonzept, das höchste Priorität habe. Auch der Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen sieht durch dieses Konzept kein Sicherheitsrisiko. Klar ist allerdings auch, erst beim Einstieg wissen die Fahrgäste wirklich, mit welchem Unternehmen sie am Ende auch fahren.